Hallo, ich bin die Lara und ich zeige euch heute, wie ihr eure Brustwirbelsäule mobilisieren könnt. Das einzige, was ihr dafür braucht, ist ein Stab oder ein Besenstiel und natürlich euch selbst. Und schon geht's los! Stell dich in eine leichte Kniebeugeposition auf und denk dran, schieb nicht die Knie nach vorne, sondern schieb den Popo nach hinten. Kreist im Wechsel rechte und linke Körperseite nach vorne und später auch nach hinten. Meine Empfehlung für euch, macht es jeweils eine Minute lang. Viel Spaß! So, also jetzt schön nachmachen und wir freuen uns über einen Daumen hoch und teilt das alles fleißig und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.